Der heilige Blasius ist ein frühchristlicher Märterer, der selbst unter Lebensgefahr die Kranken und die Gefangenen besucht hat. Unter anderem soll auch ein Kind, das seine Gräte verschluckt hat, durch Gebet und Segen vor dem Tod bewahrt haben. Seitdem wird an seinem Gedenktag der Blasius Segen gespendet. Er erinnert uns daran, dass Gott durch die Fürsprache der Heiligen auch unsere körperlichen Gebrechen heilt. Eine Bitte, die in dieser Zeit so inständig und laut wird, wie schon lange nicht mehr. Und so wollen wir beten und ich darf Ihnen diesen Segen danach zusprechen. Auf die Fürsprache des heiligen Blasius beschütze dich, der Herr, vor allen Halskrankheiten und bewahre dich vor allem Übel an Leib und Seele. Er, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 Amen.